Hallo Markus, du bist Fotograf. Genau, ich bin Fotograf, ich bin buchbar, vollkommen richtig. Aber liebe Leute, alle Bilder bekommen, nichts bezahlen, mich ausnutzen wollen, alles geschenkt haben wollen. Habe ich ein Problem, von irgendwas muss ich, wie ich geschrieben habe, auch leben. Es gibt die Option, alle Bilder, bezahlte Bilder einzeln, Festpreis, Einzelpreis, umsonst gibt es mich nicht mehr. Wie gesagt, ich kann nicht da 1, 2, 3 Stunden rumfuchteln für 100 Euro. Was mich ärgert, Hobbyfotografen, Schwarzarbeit, wo wir Unternehmer zahlen müssen, Leute, geht gar nicht. Wie gesagt, schreibt mich an oder nicht, lasst es, man kann auch eine Ratenzahlung machen, sehr wahrscheinlich, wenn ich das mit anbiete, ich weiß es noch nicht. Aber ich verschenke nichts mehr, Leute. Man kann mit mir reden, kein Problem, aber nicht so. Tschüss. Ich verschenke nichts mehr, Leute. Ich verschenke nichts mehr, Leute.